Hallo zu einer neuen Folge Minecraft Giro Summit Jeep Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser Folge Minecraft Giro Und let's 3, 2, 1, go Ich kann auch nie noch mal nehmen, ich auch wirklich auf Jungs, unser Ziel ist es heute Waffle wieder zu finden Ja, went on Ich glaube die letzten Folgen, die hatten alle so einen hässlichen Balken Weil ich zu unfähig war, F11 zu drücken Mach ich dein Ernst? Ja Oben und unten so einen komischen Balken Egal, ich mach da einfach so einen Filmbalken Ja, ja, ja Nee, sieht's nicht, aber egal Die Folge kommt morgens, wir können aber dann theoretisch noch eine machen, wenn du willst Soll ich ein extra Fun-Mail für die letzte Folge machen? Nee Boah, die ist doch schon legendär Ich suche, also übrigens, wir müssen immer noch den Diamantgott beschwören, damit ich endlich mal für dir bin, damit ich endlich mal was anderes machen kann Gönn uns die Diaz An sich brauch ich noch 8 Diaz Ey, ich beschwör jetzt für, ey, Waffle such jetzt Diaz, ich beschwör für dich Diaz Oh, gönn uns die Diaz, ich bin die Diamantqueen und Diamanten, ihr müsst auf mich hören, denn ich bin die Diamantqueen, gönn uns die Diaz Verrate mal, wie viel Essen habe ich? Viel Sehr Ungefähr, wie viel? Äh, ein Stack Also, ich hab 26 Beef Äh, 32 Porkchop und für 43 Schaf Das reicht, denke ich mal Was, bin ich schon wieder zurück? Ich gönn einfach dir Ah, und ein Rabbit Ich find's cool, dass jetzt in der ganzen, äh, Runde, äh, in der ganzen Dings, niemand gejoint ist, so Ja, ihr, weil Ah, ich bin wieder zurück Ich find Keine Oder? Ich find keine scheiß Diaz Ja, dafür in Kolben Das, äh, dafür in Kolben Ich find keine dummen Diamanten Bitte Ich leh mich jetzt einfach zurück Wer auch immer hier war, der ist so dumm Da hätte man so gut eine Falle stellen können Und der hat einfach keine gestellt Naja, weil Fallen halt ehrenlos sind, meiner Meinung nach Aber das ist halt der einzige Weg, wenn man kein PvP kann Du kannst auch kein PvP Eben Aber ich bin zu Fall zum Fallen stellen Ich mag mich damit nicht auseinandersetzen Ich kann sowas, aber ich kann PvP Äh, als ob ich den Weg wieder zurück Ah, die Musik ist aus Egal, dann Diese Folge hat keine Musik Hä, du kannst sie doch im Schneiderprogramm hinzufügen Ja, schon Man, gönn Bitte, 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 bitte Oh, hier im Pilz Da hab ich die Folge gesehen Da war das andere Team da Was in unserer Nähe war Die waren hier im Pilz Das hab ich gesehen Die Folge von denen Ich hab die ein bisschen gestalkt Weil die waren halt ja in unserer Nähe Stalks auch noch die anderen Ja, wenn sie in unserer Nähe sind, dann äh, schon Ich suche hier vergeblich nach dir aus Ich bin so dumm, dass diese Spawnreiter runtergestellt wurde Ah, Team SIPP overqualified, glaube ich, in unserer Nähe Ja, SIPP overqualified, Junge Dieses Team nervt Aber das ist das Die sind die nicht tot? Kein Plan, ob die tot sind Warum lebe ich noch, frage ich mich Weil du mich als Teampartner hast Ich glaub, das erklärt sich ziemlich alles Ah, verpackt Ich soll aufhören, so Demlich lebensmüde zu sein Und ich soll aufhören, so dumm zu sein Und keine Dias zu finden Diamant, Gott Bitte beschwöre mir Diamanten Ich brauch nur noch ein paar Leute, wenn ihr draußen rumräucht Dann müsst ihr immer schauen, dass ihr full seid Denn wir ein Dorf da fallen stellen Aber man muss schauen, dass diese nicht tödlich sind Ja, du kannst sie ja eh überleben Wenn es One-Kill-Fallen sind, wirst du eh wiederbelebt Von daher Dann musst du halt doch mal drei Jahre warten Bis du wiederbelebt wirst Wenn was? Wenn du an der Falle stirbst instant Dann wirst du eh wiederbelebt Also wenn es instant dein Fall ist, den man nicht überleben kann Genau Eigentlich kann man ja jede Falle überleben, wenn man einen Wasserheimer hat Nee, du meinst, es geht darum, dass jeder diese Falle überleben kann Egal, welches Grip man hat Ah, wirklich? Ja Oh So Lava fallen, okay Wenn du jetzt in Lava fällst, dann gilt das nicht als One-Kill-Falle Aber, ja Wenn man jetzt ganz tief in ein Loch fällt und dann halt einen Wasserheimer hat Dann könnte man es ja überleben Würde das dann nicht zählen? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht wissen Ganz ehrlich Ich bin so dumm, ich finde den Eingang nicht mehr irgendwie Und ich bin so dumm und finde keine Dias Ah, ich weiß wo, okay Gunn doch Ich glaube, ich werde immer Ich werde, wenn ich nicht mal full Dias werde Wie soll ich denn bitte gegen den anderen fighten? Ich bin wirklich so dumm und finde den Eingang nicht mehr, what the fuck Ich fahre jetzt mit der Diapicke, ich habe keinen Bock mehr noch Dann geht es hier lang Hallo Wann der Gönn doch Ich will mal raustappen und schauen, ob ich auch wirklich aufnehme Das muss ich immer kontrollieren Ich habe so viel Redstone schon gefunden Aber ich finde irgendwie den Eingang nicht mehr so Ich meine jetzt mal ein bisschen weiter unten Hä, ich finde den Eingang nicht mehr Hier ist noch ein bisschen Dort haben sich irgendwelche verewigt Ich meine jetzt irgendwie Ich meine jetzt irgendwie komplett Wie er es irgendwie Einfach um Dias zu finden Wie verewigt Ja, dort steht NP So Das ist wahrscheinlich auch ein Grab Dass es viele, die schon tot sind Ich glaube nicht Ich glaube, keine Ahnung Ich finde keine mehr Ich bin ein hoffnungsloser Fall Die Sache ist die Wir brauchen hier für ein Spyderful dir Such weiter Du hast ja schon mehr gefunden, als ich finden würde Ja, das stimmt Aber Ich habe es Dias zu suchen Ey, yo Ich finde einfach den Weg nicht mehr Ich bin auch komplett woanders Bitte gönn halt einfach Ich habe 17 Level Was auch immer mir das bringen soll Weil ich keine Bücher habe Ich habe Leder Ja, ich brauche Zuckerberg Oh Haben wir das nicht angepflanzt? Nein Oh Wir haben noch zwei Ach Jungs, ich hasse das Ich habe einen Plan, wie ich zurückkomme Und zwar Ich gehe einfach dort runter Wo wir runtergegangen sind Am Anfang in der ersten Folge Und jetzt gönn doch Oder wait Ich habe noch die Hoffnung, dass ich hier schauen kann Und sonst gehe ich einfach dort runter Wo wir in der ersten Folge Und nach unten gegangen sind Ich habe extra jetzt die Zeit genommen, dass ich jetzt Und danach muss ich bis in den Nachmittag Mein Schulzweck machen Also gönn jetzt Dias Ich kann jetzt mega lange schneiden Yay Ich auch Aber ich habe gestern auch schon lange geschnitten Mir macht sowas Spaß Von daher Mir macht schneiden nicht Spaß Warum? Wieso bist du da YouTuberin? Weil mir macht aufnehmen Spaß Aber schneiden macht absolut keinen Spaß Doch Schneiden macht mega Spaß Schneiden ist Müll Ja so Dann bist du aber Dann kannst du aber nicht davon leben Wenn du nicht immer schneiden magst Ich habe Menschen, die schneiden können Achso, willst du die dann bezahlen, oder? Ich habe Menschen, die machen das für mich free Nee, ja jetzt Aber wenn du groß bist Ja dann Dann bezahle ich sie sicher Also wenn ich damit Geld verdienen würde Dann werde ich einfach den Cutter Ich kann das für dich auch Ich weiß, wer dich nehmen würde aus Cutter Ich Cutter Also Jungs, ich gehe hier runter Ja, also wenn du es bisher fix aus Cutter nimmst Dann kommt zweimal im Monat ein Video Oder maximal Warum? Ja, weil der halt viel länger schneidet Das ist doch an seinen Videos Der gibt sich ja Mühe Der gibt sich nicht Mühe Der macht Montagen Ich weiß, aber Er kann auch Er hat auch Dings Gewisse Folgen von mir geschnitten Wo sind wir denn nach hinten gegangen? Hier glaube ich Könnt ihr euch noch erinnern An die ersten Folgen? Ja Ich bin gerade da Wo wir Wir waren In den ersten Folgen Ich gehe jetzt zurück Zu meiner Base Ja, es ging die Angst Von einem Creeper oder so Und in einem Skelett Und hat gesagt Waffel, hilf mir Und ja Das sind drei Creepy Vier Creeper Hallol Perfekt, Junge Wie lang ist dieser Weg bitte? Junge Finde ich zurück? Oder finde ich nicht zurück? Das ist Ich bin zurück Aber ich bin nicht voll dir Junge Wie lang Wie lang Habe ich bitte diesen Weg gepaut? Ich habe keinen Plan Ob ich jemals zurückfinden werde Oh, ich habe unsere Höhle wieder Ich laufe gerade durch den längsten Weg Den ich jemals in dem Sie Ne, das ist nicht der längste Noch einen richtig langen Weg Das sind aber übelst viele Zombies Du, wenn wir in der Schlucht sind Wie sind wir zu unserem Dings gekommen? Ich will gerade Hallolicher Gold Nein, oder? Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Hä? Ich bin glaube ich auch nicht mehr zurück Ähm, das In welche Richtung muss ich jetzt? Schieb Ich kann Rutsch Da lang Hier ist diese Schlucht Also ich muss hier Hier weiß ich, dass ich durch muss Ne, ich habe gedacht, das wäre es Also hier Oh, das ist mein gelang Stripminen Ich bin hier in einem Stripminengang drin Ich bin bei einer Schlucht Nippen, okay, sein Grab Hier Ich bin zurück Ich habe einen Mindshift Ich habe einen Spawner Als ob Okay Wait, was ist es für einen Spawner? Äh, Giftspinne Oh, okay Bist du in einem Mindshift? Kannst du denn looten? Ja Ich bin gerade Irgendwann Ich habe hier gerade ein Problem Ich sterbe Hilfe Hilfe Ich sterbe Ich habe doch keine Ahnung, wo du bist Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Oh mein Gott 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 Was machst du denn? Ich werde hier von allen Monstern erschossen Ja, ich kann gerade nichts machen Wenn du jetzt stirbst, dann bist du tot Oh mein Gott Ich konnte mich retten mit zwei Herzen Mit zwei Herzen Oh mein Gott Alter, mein Herz Alter, zwei Herzen Oh mein Gott Zwei fucking Herzen Regenerierst du? Ja Ich habe keine Ahnung, wo ich zurück muss Ey, das war so knapp Ich habe keine Ahnung, wo ich zurück muss Das war so knapp Ich habe so viel gestrippt, man Ich kenne den Weg nicht mal mehr Ich komme nicht mehr zurück Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme Ist das Problem Um mich herum sind hunderte von Monstern Oh oh Das ist doch kill sie halt Das schaffst du schon Kann ich nicht Ich wäre ja fast gestorben Ah, das schaffst du schon schief Ich glaube nicht Nee Das schaffe ich nicht Ich wäre ja fast gestorben Doch, doch Das schaffst du Nee, ich bin fast gestorben Ich gehe da nicht raus Ich gehe da nicht raus Du Angsthase Ich bin nicht in Angsthase Ich wäre fast gestorben Wegen diesen Monstern Scheiß ernst Mann, schief Ich finde nicht mehr zurück Ich habe jetzt eine Folge damit verbraucht Wo muss ich lang mit die Folge heißen Ich habe keine Ahnung Hier dann Und diese Folge hier wird heißen Lol, ich bin fast gestorben Ich habe mich auf dem Weg gefunden Dass ich nur nochmal den anderen Weg Nein Ich glaube mehr auf safe gehen als ich jetzt gehe Kann man nicht Ich bin fast gestorben Ah, Jungs, das war so scheiße knapp Das war so knapp Ich wäre fast gestorben Jetzt ohne Scheiß Ein Zombie Das tut irgendwie weh Das tut weh Ja, das ist ein Zombies, was gestorben ist Es sind so viele, okay Das ist doch nämlich bad Was ist doch nämlich bad? Ich habe meinen Weg, wo ich zurück muss Ich bin in dem Weg drin Leute, das war's mit der Folge Und Ey, ich habe fast gestorben Sei her Das war's BW, ciao